Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, heute am 10. April 2021, das zweite Video mit dem Namen Doppelmord am Käsewagen. Hier ist gerade Markt am Wochenende in Hildesheim. Ja, das ist Teil 2 des Videos Doppelmord am Käsewagen. Ja, das ist Teil 2 des Videos. Ja, das ist Teil 2 des Videos.